Stardust In you and me Use us Into unity Primaver We're caught born Born from the universe Hier ist wieder TuroLibra14 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video machen wir einen Unboxing von dem legendären Spriggen Requiem Zero Zeta. Ja, endlich habe ich ihn bekommen. Ich habe wirklich lange darauf gewartet, dass es ankommt, aber er ist nicht da. Viele Leute haben schon Unboxing gemacht, aber noch kein zu für Deutsch. Und darum mache ich jetzt eins. Okay, also. Das hier ist Spriggen Requiem Zero Zeta. Wie ihr sicherlich jetzt sehen könnt hier. Und hier an der Seite ist nochmal eine Abbildung des Starters, der wird mitgeliefert. Der ist ganz besonders. Der hat nämlich eine längere Line als der von Legend Spriggen. Und man kann trotzdem hier mit diesem Teil hier unten den Modus ändern, von links zu rechts oder von rechts zu links drehen. Und da steht nochmal drauf, Flight Launcher LR included. Ähm, ja. Okay. Gut. Hier sieht man noch einmal das, ähm, den Blueprint von Friggen Requiem. Sieht ziemlich cool aus. Hört mir sehr. Äh, ja. Okay. Äh, jetzt fangen wir auch schon mal hier mit der Verpackung eben mit den wichtigen Sachen an. Also er ist von der Karatomie, wie ihr es hier sicherlich sehen könnt. Er ist der B100. Ähm, das ist auch der Grund, warum das hier Gold ist, denke ich mal. Ist was ganz Besonderes. Und dann ist er ein Gleichgewichtstyp. Er ist omnidirectional, also er kann sich beide Rechnungen drehen. Und er ist vom Burst System und vom Guard Layer System. Okay. Ähm, hier an der Seite sieht man nochmal die einzelnen Teile. Friggen Requiem Zero Zeta. Und der Starter. Hier an der Seite sieht man auch nochmal, die, ähm, dass er sich nach links und nach rechts drehen kann. Sehr schön mit der Gummi hier auch nochmal. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Und jetzt kommen wir hierzu. Hier oben sieht man, dass der Besitzer, aber ich zeig nicht den Namen, ähm, ich will noch nicht spoilern, aber es wird jetzt sowieso unweilig. Ich hab's jetzt hier auf der Verpackung gesehen, aber, naja, egal. Ähm, okay. Also. Hier sieht man einmal, äh, die verschiedenen Bases, die in Friggen Requiem vereint sind. Einmal Godfakrys Rechtsrotation. Nightmare Longinus Linksrotation. Trainfasten, hier ist Gummi. Und, äh, und Siegex Calibur ist, äh, Metall. Doch, aber auch ein Metal-Gott. Oh, die Echse sind leider nicht aus Metall, die hier. Das wär einfach nur zu Ohre-Powered gewesen. Ich glaub dann, wenn wir das gemacht hätten, wär ja unbesiegbar gewesen. Von daher. Ja, die wollen ja nicht das komplette Spiel nochmal zerstören wie damals mit, ähm, Dark Deathsizer. Also, das hat mir schon gereicht. Okay, ähm, dann würd ich sagen, packen wir das ganz mal aus. Ähm, okay. Ich hab's hier schon mal aufgemacht, äh, ich hab noch nicht reingeguckt, aber, naja. Ich hoffe mal, wir kriegen, ich hoffe wirklich, wir kriegen jetzt die Schwarzen. Puh, okay. Puh, okay, los geht's. Drei, zwei, eins, los. Oh, Mann. Ich dachte, wir kriegen jetzt den Schwarzen vielleicht, aber, naja. Man kann nichts dran machen. Ähm, die Chance von den Schwarzen kriegst du sowieso eins zu, äh, 72. Dann würd man welchen schwarzen Spring Requiem kriegen. Ähm, der ist so um die 250 Euro wert, denk ich mal. Ähm, okay. Naja, wenn wir den gekriegt haben, wär das natürlich auch zu heftig gewesen. Aber, naja, was soll man machen. Trotzdem cooler bei. Okay. Schauen wir das hier mal hier in den Hintergrund. Und, würd ich sagen, packen wir die mal aus. So, und hier haben wir Spriggan Requiem. Sieht ja nicht einfach fantastisch aus. Unglaublich. Er sieht aus wie eine leckere Süßigkeit, aber... Oh, er sieht so Hammer aus. Er ist einfach unglaublich, was sich immer wieder einfallen lässt. Das ist echt der Wahnsinn. Ich muss sie echt dafür loben. Super, super Hammer, Beyblade vom Design her. Und von der Performance definitiv auch. Ich hab ein paar Videos gesehen und er ist wirklich stark. Auch im Anime. Einfach nur genial. Geniale Umsetzung. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber... Es wird echt episch. Später noch in Beyblade Burst God, beziehungsweise Evolution. Folge 30 ungefähr wird's dann richtig heftig. Das kann ich euch sagen. Okay, also. Das hier ist Brick and Requiem, Zero Zeta. Und jetzt zeig ich euch jetzt erstes einmal eben die Spitze. Denn wir gehen jetzt mal auf alle Teile einzeln ein. Hier haben wir einmal die Spitze, die heißt Zeta. Ich hab grad schon gesagt. Und ich rechte einmal die Lichter hier ein bisschen drauf. Jetzt kann man es, glaub ich, besser sehen. Ja. Okay. Also, die Zeta-Spitze ist der Jetstube Drive nachempfunden. Und... Sie hat einen blutroten Farbton. Das passt ein bisschen zu ihm ja auch. Unserem guten alten Legend Spring. Sie haben... Die beiden Base haben eine Verbindung. So viel kann ich sagen. Aber ich sag nicht genau, was sie jetzt haben für eine Verbindung. Bitte schreibt es auch nicht in die Kommentare, weil ich möchte nicht, dass irgendwer gespoilert wird. Aber... Sie haben etwas miteinander zu tun. So viel kann ich verraten. Ähm, okay. Also, die Zeta-Spitze ist der Delta Drive von Warrior Iris nachempfunden. Äh, und auch der... Der Blade Base von... Ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß. Äh, die Blade Base... Äh, aber auf jeden Fall der Blade Base von Drancer Flame, beziehungsweise Drancer F aus der Plastic Gen. Ganz von früher. Richtig cool. Und... Den gibt's ja auch im Random Booster Volume 9. Und hier kann man den Modus wechseln. Wie... Also zwischen einer BB-Spitze. Also eine White Ball, beziehungsweise einer Massive-Spitze. Dann hat man hier noch zur Auswahl eine... Oh... Oh, der geht jetzt nicht schwer. Rein wieder. Okay, jetzt geht's. Das finde ich gut. Ähm, das ist die Quake-Spitze. Beziehungsweise die Q-Spitze von... MFB. Und... Die ist etwas off-center, würde ich sagen. Also die ist nicht ganz mittig. Und das hat den Grund, dass... Sie dann leicht hüpfen kann, beziehungsweise... Eine Wackelbewegung macht... Oder vibriert. Was dem Baby-Blade ja Angriffskraft verleiht. Finde ich sehr gut. Ein bisschen... Ein bisschen aus wie so einem Fuß. Ziemlich nice. Ähm, okay. Dann haben wir zu guter Letzt noch die dritte Spitze. Es wird gesagt, dass es eine Austausch-Spitze ist, aber... Ich denke, das ist eine gleichgewichtige Spitze. Denn das ist... Die erste Spitze von unserem ersten Spriggen. Spriggen Spreadfusion. Beziehungsweise Sprizen Spreadfusion. Wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Und... Die letzte Spitze ist einfach nur... Richtig geil. Ähm, sie war früher eine meiner absoluten Lieblingsspitzen. Ist es bis heute immer noch. Und... Ja. Es ist eine... Wie die FS von Dark Wolf ungefähr. Falls ihr die noch kennt. Wenn ja, könnt ihr es mir in die Kommentare schreiben. Würde mich echt freuen. Falls irgendwer noch hier Dark Wolf kennt. Unsere guten alten Bay. Von früher. Ähm, okay. Also... Diese Spitze... Wechselt zwischen... Ausdauer. Und... Eingriff. Modi, je nachdem wie sie gerade gestartet wird. Oder ob sie eingegrafen wird. Da kontert sie. Counter-Break. Und... Das ist sehr cool. Die Spitze gefällt mir auch echt gut. Ich mag diese Säte-Spitze echt gerne. Wirklich cool. Das Symbol ist auch cool. Ähm, dann haben wir die Zero-Disc. Sie ist ein bisschen oval, würde ich sagen. Sieht ein bisschen aus wie die Oval-Disc. Von... Doom-Sizer... Oval-XL. Beziehungsweise... Der Sizer-Oval-XL. Sehr cool. Und... Hier ist die Null drauf. Die Zero. Und hier sind einfach mal zwei Nullen. Und... Das ganze Teil hat irgendwie keine Angriffspunkte. Darum heißt es glaube ich auch Zero. Weil es... Einfach keine Nullen hat. Es hat Null Nullen. Außer... Dass es hier eine Null ist. Irgendwie... Weil es rund ist. Aber... Ich weiß nicht ob das zählt. Das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Finde ich echt klasse. Ist übrigens auch die schwerste Disc. Von daher... Ja. Auf jeden Fall sie heißt es auch wirklich wirklich schwer. Leer. Okay. Und dann haben wir hier zu guter Letzt nochmal den... Superhammer Mega Bay... Leer. Meine ich. Ähm... Wirklich 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 Hammer. Also... Er sieht einfach wahnsinnig geil aus. Ich kann ihn mal vergleichen hier zu... Legends Trigger. Wow. Einfach nur der Wahnsinn. Wie viel es sich verändert hat. Zwischen diesen beiden Bays. Als er noch rauskam, dachten wir... Das wäre der absolute... Absolut coolste Bay vom Aussehen her. Und jetzt haben wir ihn hier. Requiem Spring. Wow. Ich bin einfach nur geflasht gerade. Aber ich muss sagen, er sieht auch echt cool aus. Er ist so... Rot, Gold und Schwarz. Und er ist Rot, Gold und Weiß. Und sind irgendwie so Gegenstücker, finde ich. Vom Aussehen her. Er ist auch eher zackig, wenn er ist sehr rund. Ja. Können beide links und rechts rotieren. Sehr cool. Mag ich auch gerne. Aber ich persönlich finde, wenn man etwas... Also Links-Rotationen war früher ziemlich selten. Und von daher habe ich es mir angewöhnt. Falls etwas links rotierend ist, beziehungsweise links rotieren kann, mache ich es in meinen Links-Rotationen einfach, weil... Schon... Also ich mache es schon aus Prinzip einfach, weil... Es... Man sieht es halt so selten. Mittlerweile sieht man es ein bisschen häufiger mit den ganzen Nexotationen-Bases. Äh... Longinus, Legend Spring, beziehungsweise Requirements Spring jetzt auch noch. Und dann auch noch... Drain Fafnir und alles so ne Zeug. Und Dragoon haben wir jetzt auch noch in Burst. Naja... Muss man gucken. Aber er sieht auf jeden Fall richtig richtig cool aus. Und... Dann bauen wir ihn mal zusammen. Übrigens... Ich wollte noch eine kurze Sache sagen. Eben, bevor wir jetzt den Zorn bauen. Die 7-Disc war früher die schwerste. Jetzt wurde sie geauftrast von Zero. Aber ich weiß nicht genau, ob sie jetzt auch unbedingt in allen Kategorien besser ist. Vielleicht ist die anders ein bisschen besser, weil sie hier ein bisschen zackiger ist. Aber... Naja... Mal schauen. Und äh... Die... 7-Disc ist auch ein bisschen unbalanciert, weil sie hier vier... Äh... Vier Zacken hat und hier nur drei. Aber... Naja, egal. Beide Bases haben übrigens keinen Rahmen. Was auch sehr interessant ist, finde ich. Und... So. Und das sind die beiden Bases. Blatt zusammengebaut. Echt Hammer. Okay, jetzt kommen wir zum Starter. Der Starter ist wie bei... Der alte Starter von... Legends Briggen. Den kann ich auch noch mal eben kurz holen. So, den haben wir jetzt hier. Das ist der alte Starter von... Legends Briggen. Mit einer etwas... Leicht... Nur minimal kürzeren Leine. Meiner ist schon ein bisschen ausgeleiert und von daher ist er jetzt nicht mehr so gut. Aber er... Macht immer noch seine Arbeit, finde ich. Sieht auch sehr cool aus. Hat hier das Teil, um... Bei der Layer... Ich konnte das... Ähm... Den Modus wechseln. Und dann konnte man das hier so reintun. Und dann konnte man... Falls ich das hinkriege... Ich muss mal gucken. In der Kamera vorbeigucken hier. Das ist... Ein bisschen schwierig gerade. So. Das ist dann so. Sehr cool. Und dann wechseln wir jetzt... Äh... Ja, haben wir jetzt einen Bechmodus. Ich glaube... So, das ist es. Jetzt holt es so. Ah. Egal. Ähm. Okay. Ich kann die auch wieder zurück wechseln. So. Und... Das geht eigentlich ziemlich simpel. Fände ich. So. Und dann haben wir... Hier nochmal den Shutter von... Sprig and Requiem. Auch sehr cool. Diesmal in schwarz. Und das ist ein bisschen hier... Ein bisschen leicht verbogen. Aber das macht glaube ich nichts. Okay. Man kann das auch in halbarmes Wasser tun. Und wir jetzt wieder gerade. Und das ist der Unterschied zwischen den Reißleinen. Also definitiv schon... Ein bisschen länger. Würde ich sagen. Kann ich nochmal hier nebeneinander halten. Die Shutter an sich ist der gleiche. Aber... Die Reißleinen sind halt ein bisschen unterschiedlich. Ja. Definitiv ein Stück länger. Wahrscheinlich ein bis zwei Umdrehungen. Oder... Ne. Eine Umdrehung würde ich sagen. Sonst... Mehr macht das glaube ich keine... Also größere Unterschiede macht das glaube ich nicht. Ähm. Sorry. Ähm. Okay. Dann machen wir nochmal einen Test. In meiner super coolen... Arena hier. Eigentlich ist die richtig normal. Aber... Naja. Sieht halt gut cool aus. Das ist die... Das... Äh. Das ist das B09... Äh. Nicht mehr BB10. Sondern B09. Äh. Burst Standard-Type Stadium. Sehr cool. Und dann würde ich sagen. Let's go. Als erstes starten wir in den Rechts-Volation. 3, 2, 1. Ich muss sagen. Das ist ein ziemlich guter Starter. Machen wir jetzt noch... Wenn wir einmal eine Wechselritte... Ahja. Und hier... Das hab ich noch ganz vergessen euch zu zeigen. Wechseln wir einmal im kurzen Modus. Äh. Ja. So. Von hier so schön schön drehen... Also hier mit diesen Hebeln. Das ist einfach genial. Super gut gemacht. Tagratomi hat immer die besten Ideen würde ich sagen. Also. Definitiv. Okay. Und jetzt Links-Volation. Dazu wechseln wir hier auch einmal... Das ähm... Loch hier. Da kann man das nicht so rein. Und... Los geht's. Hier ist übrigens ein L und ein R. Für links, rechts. Gut. Zwei. Zwei. Eins. Let it... Ohhhh... 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 Oh Gott. So. Okay. Das war mein Unboxing-Slash-Review von Spriggen Requiem Zero Zeta. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal.